Was geht? Willkommen auf meinem Shannon Corp! Es ist heute Montag. Ich hab ja gesagt, dass ich öfters jetzt wieder ein Video drehen werde. Und da versuche ich mich dran zu halten. Und ja, heute ist Montag und wir beginnen mit einem neuen Vlog. Mal gucken, was die Woche uns so alles begegnen wird. Mal gucken, was wir so filmen. Ich hab noch meine Jacke an. Oh, krass. Sieht im Schatten ein bisschen so aus, als hätte ich gerade so einen Mantel an. Ja, guten Tag, ich arbeite im Büro. Ich frag mich auch gerade schon wieder, wo der Azubi bleibt. Der etwas unter dem Azubi. Eigentlich kommt der immer um halb elf, aber ist noch nicht da. Hm, komisch. Ja, was macht man Montag so? Ich mach natürlich ein bisschen den Laden sauber. Sprich, also zum Beispiel jetzt hier, ne? Couch wieder herrichten, damit das wieder ein bisschen ansehbar ist. Weil, das sind ja Dinge, die passieren sonst nicht, ne? Freunde der Sonne, schönen Gruß an Holger. Kennst du ja! So, und dann wie immer jeden Morgen natürlich seinen Platz aufräumen. Mach ich auch schon, jeden Tag. Oh, das ist schön. Da freue ich mich ganz doll, wenn du es schon siehst. Oh, warte mal, auf der Linse? Ne, nicht auf der Linse. Hier. Auf dem Display ist ein Head. Schürze. Hier rauf. Zack. Das Ding hier mal richten. Ganz komisch hier. Zack. Stuhl nach hinten bringen. Ah, da wird sich der Holger ärgern. Ah, da freue ich mich schon auf seinen Bluthochdruck. Tja. Lampen sind plötzlich weg. Sehr gut. Die hat der Nico nach unten gebracht. Wer übrigens wissen will, wer Nico ist, unser Manga-Boy. Ne, warte mal, Nico aka Manga-Boy, so sage ich das mal lieber. Das ist unsere Dame des Hauses. Wenn ihr versteht, was ich meine. Tja, da würde ich mal sagen, bereite ich meinen Arbeitsplatz vor. Wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal, zeige ich euch einfach mal, wie ich meinen Arbeitsplatz mache. Ganz einfach. Ich würde ja gerne hier jemanden haben, der meine Kamera hält, um das Ganze besser einfangen zu können. Aber ich habe keinen. Deswegen muss ich das, vor allem wie es gerade angehört hat, ich habe keinen. Naja, muss ich selber filmen. So ist das. Wichtig ist immer erst das Flächendesie. Ne, Freunde der Sonne? Das kippen wir jetzt überall rauf, um Bakterien zu töten. Wir machen das übrigens nach jedem Kunden sauber und bei jedem Neubeginn der Woche sauber. Sprich immer die Arbeitsfläche und da, wo der Kunde sich befindet, sauber machen. Alles andere macht natürlich wir die Dame des Hauses. Ist übrigens Pflicht. Also sollte man tun. Gibt es Studios, die machen das nicht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was heißt das? Richtig. Rausgehen. Zeva. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeva wir noch haben. Eieieiei. Muss bald schon wieder Zeva her. Gibt es da ja nicht. Übrigens arbeite ich mit dem PU2-Gerät von Cheyenne. Das ist mein Netzstromgeber. Also mein Netzgerät, womit die Maschine sozusagen betätigt wird. Besondere an diesem Gerät ist, dass du zwei Stufen hast. Sprich, du kannst zwei Tattoo-Maschinen anschließen. Ich habe eine Zeit lang tatsächlich so gearbeitet mit zwei Tattoo-Maschinen. Aber sehe ich jetzt nicht mehr so als sinnvoll, wenn man bei der Cheyenne, also bei dem Cheyenne-Pen, die ich jetzt benutze, dass man vorne die Nadel während des Laufens abnehmen kann und eine neue raufstecken kann. Deswegen ist das im Endeffekt, naja, wie soll ich sagen, braucht man eigentlich nicht. Ja, ich habe ja auch schon die Nummer drei bestellt. Cheyenne PU3. Ich weiß immer gar nicht, ob es ausgesprochen wird. Oder PU3, keine Ahnung. PU3. PU3. Ich habe auch schon die Nummer drei bestellt. Ist auch schon bezahlt, aber es kommt nicht. Ich weiß nicht, Cheyenne lässt sich da wieder Zeit. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Aber ich habe es immer noch nicht. Ja, aber bezahlt, ne? So läuft es halt anscheinend. So, nöle. Du, Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, das reicht wieder so als kleiner Input, was man so macht beim Tätowieren. Denn, ähm, ich habe Bock auf Musik. Und ich werde Musiker machen. Und ich weiß ja ganz genau, was passiert, wenn man hier Musik im Hintergrund laufen hat. Wenn man quatscht. Richtig, wird es entweder irgendwie rausgenommen von YouTube oder weiß ich was. Ich verletze wieder irgendwelche Rechte. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, wir sehen uns beim Tätowieren, denke ich mal wieder. Ich hoffe, dass es diesmal klappt, dass jemand filmt. Peace. Sag mal hallo, wollt ihr was verpassen oder was? Was ist denn jetzt hier mitgucken? Flo? Soll er richtig leiden? Holger? Wir drehen jetzt schon die Augen vom Lachen. Das ist aber ein bisschen natt. Du bist da nur bei hinten. Das ist total gut, was aber. Wenigstens einer der Eier hat hier. Wenigstens einer der Eier hat. Ja, haben wir jetzt einen Stroh an? Ja, wir gucken gleich mal, wie wir das machen. Wir müssen es gleich ein bisschen verflüssigen und dann brauchen wir einen Strohhan. Ja, wie willst du das denn? Haben wir noch einen Koksrohr von Füßen gesagt? Ne, habe ich nicht mehr. Habe ich alles weggeschrieben. Alles entsorgt. Habe ich jetzt nicht gesagt. Achso, scheiße. Man sieht das hier schon wieder aus. Ja, weil die Pfandpiraten auch nicht da waren. Nein, wie ich ausziehe. Nein, kannst du das nochmal zeigen? Guck mal hier. Was hast du denn gemacht, Holger? Das kommt vom Essen. Ich habe schon so viel Söger. Geh gleich los, entspannt sein. Wir müssen doch erstmal noch was finden, womit er das hochziehen kann, oder? Haben wir keine Strohhalme hier? Ne, Sträume gibt es hier nicht. Einweihungsfeier oder sowas? Na, dann guck doch mal in den Fach. Da muss doch so da durch, oder? Geh mal einer zu. Ne, das geht nicht. Sind da wirklich keine drin? Bist du verflüssig noch? Du. Ist in dem Schubfach wirklich nichts? Schale. Nein, da ist nichts. Haben wir nicht. Schale. Schale. Das ist ja nicht so schlimm, dann machen wir das anders. Leider Challenge. Nein, haben wir nicht. Was ist denn das hier? Oh. Na klar, nee. Schlachter. Nee, die suchen noch einen Strohhalme. Challenge wird abgebrochen. Was ist denn alles hier oben drauf? Ich bring nixmal sogar freiwillig einen Strohhalme. Dann mach ich das nächste Mal. Nee, du machst jetzt. Wenn nicht, muss einer zu anderen rüber gehen. Ey, den selben Gedankenhang hatte ich auch. Wieso haben wir hier so viel Suffspiele? Den Gedankenhang hatte ich vorhin auch gehabt. Ah, einfach ein Kuli. Genau. Oder halt hier, kann man ein Brötchen abschrauben? Nee, hör doch mal auf da. Kuli. Können wir den hier in der Mitte auseinanderschrauben? Damit wir die Vorbereitung auch haben. Na perfekt, siehste, geht doch. Ja, aber wir müssen das Vorderteil noch abschrauben. Das hat auch jemand Feuer am Flammer. Naja, die hat auch Spaß dabei. Na wenn, dann arbeiten die Kunden mit. Jetzt ist es zu spät. Das ist aber ein ganz schöner Weg, ne? Das ist aber ein ganz schöner Weg. Nee, na eh mal richtig hochgerotzt und dann geht das schon. Wie lange soll ich denn da ziehen, Alter? Na ja, dann musst du gucken halt, ne? So, dann kommen die Jugendsünden wieder. Achso, hier bitte. Vielleicht ein bisschen verflüssigen. Dann kriegen wir das halt auf. Nee, zeig ich dir. Aber nicht mit Sojasauce. Nein, hör auf den Segel. Hey, Mann mit Wasser. Mit Sojasauce. Also wenn wir sowas machen. Vor allen Dingen ist es noch gar nicht so lange her. Die Frage ist, wie viel kostet es, dass du Sojasauce ziehst. Ja, das ist unbezahlbar. Wollen wir den Wetteinsatz? Sojasauce ist nicht so gut, der divitriert, der Orde JP. Oh, JP, der sah nicht gut aus danach kurzzeitig. Der ist jetzt aber nicht flüssiger. Ja, warte, ich muss das doch erst mal ein bisschen nass machen. Was für Käse? Was für Käse? Tofu. Tofu? Wer isst denn sowas? Der Käse ist Tofu. Guck mal, ist schon ein bisschen flüssiger jetzt. Guck mal. Schon mal flüssiger. Ich glaube, ich muss gleich furzen. So, hier. Der Wetteinsatz wird erstmal noch nicht bekannt gegeben. Du, zeig mal, ob du da wirklich filmst. Ja, klar. Das ist immer schon wichtig. Na ja, dein Gesicht muss auch so sein. Bisschen ja wissen, wer du bist. Wie? Du bist der, der verzappt hat? Außerdem brauche ich hier einen Zap-Man, ne? Damit ich dein Gesicht da reinsteigen kann. Idiot zieht was habe ich. Na dann musst du gleich noch mal reingucken. So, guck mal, wie flüssig das jetzt schon ist. Ja, aber du weißt schon, dass das Wasser, äh, dieses Papier... Ja, ist doch nicht so schlimm. Du, jetzt zieht das ganze Papier mit hoch. Ja. Dann hast du halt einen, äh, X-Wing. Einen X-Wing in der Nase. Weil da drunter ist nämlich der X-Wing von Star Wars. So, das ist aber jetzt schon gut jetzt. So, perfekt. Oh geil, warte mal. Insta-Story muss auch noch fallen. Das, was breit in der Nase ist der X-Wing da. Ja, natürlich. Sind die scharfen Teile da. Ähm, halt mal. Wobei, wir überhalten das glaube ich für YouTube. Machste? Sonst hätte ich die Insta-Story mit drauf lassen. Nein, das ist doch schon vorbei. So. So. Bist du bereit? Ja, klar. Hahaha, ich bin schon ganz aufgeregt. Du auch? Bist du auch aufgeregt? Das stimmt. Boah, ich bin ein paar aufgeregt. Ey, es ist voll hart jetzt. Das müssen wir ja alle durch... Oh Gott, du Gott! Das stülpt! Das stülpt ja mit Sterben! Ja, das kommt nicht hoch. Ne? Oh Scheiße. Ne, das kommt nicht den Dings hier oben. Na, zieh doch mal kräftig rein zu schnupfen. Dann lass das schnupfen weg. Jetzt? Jetzt ist es ein bisschen drüber. Was ist wirklich drinne? Du hast es zu doll vermischt jetzt. Ich spür nichts. Hey, das ging halt los! Ich spür es nicht. Nein. Hä, wie jetzt? Du hast es neutralisiert mit deinem Wasser. Ich fülle mal durch. Da alles. Mann, das ist ja langweilig. Ich dachte, da passiert jetzt was. Ich dachte, er kippt um oder so. Ich dachte, er kippt um. Er hätte ja wenigstens mal kotzen können. Ja. Du hättest ja wenigstens mal ein bisschen würgen können. Soll ich es jetzt mal tun? Ja, zieh doch mal. Was soll denn das, ey? Ne, dann müssen wir nochmal... Ja, ne, ne, ne. Dann müssen wir alle YouTuber faken. Das geht nicht anders. Ja. Dann müssen wir nochmal... Dann müssen wir irgendwie anders machen. So, dann machen wir nochmal ein Zwanni auf. Sojasauce, oder? Ähm. Was? Hier, ähm. Aus? Wo? Hast du jetzt wirklich was in der Nase? Ja, ich hatte wirklich was in der Nase. Okay, gut. Schade. Na, lass doch einfach mal. Noch ein bisschen weiter filmen. Ich brauche mich immer drehen. Und? Den dreht nichts um. Ne. Wo willst du denn nur hin? Ich geh einfach raus. Alles weggezogen? Ich geh einfach raus. Alles weggezogen? Na, warte mal. Dann komm ich mit. Dann will ich auch hier rochen. Alles weggezogen. Wenn ich jetzt will. Ey, was hat denn der Flo hier gemacht? Anni, das warst du ja. Das war ja so scheiße, ne? Dann kriegt er auch kein Geld. Geld? Gibt's nicht. Das war jetzt leider ein Schuss in den Ofen, aber naja. Ja. Warum filmst du mich denn die ganze Zeit? Wenn, dann die Kunden. Ja. Mehr noch? So. Ich hab dazu noch mal so einen Sicherheitsding. Mach mal einen Kussmund. Geht klar. Der Kussmund hängt ihm jetzt nach. Ach. Hier. Geilstes Shirt ever. Fühl mal lieber meine geilen Socken. Guck dir mal die Socken an. Was hast du für Socken an? Gar keine. Halt. Halt. Schönen Schlipper an. Hitzig. Du musst unbedingt mal die M&M's hier probieren. Karamell. Die sind ja unglaublich. Die sind krass, oder? Die sind so krass. Wir müssen das mit dem Geld noch klären. Probier mal bitte, wie krass das ist. Ja. Geil, oder? Oh, der Salz. Geil, oder? M&M's hier. M&M's. M&M's. Richtig lecker. M&M's. Geil, oder? Ah. ARGH!